hallo freunde heute würde ich ganz gerne mit euch mal testen ob man mit dem power walk eine und hier haben wir 10 watt output eine elektrische zahnbürste laden kann das heißt wenn wir jetzt tatsächlich irgendwo unterwegs sind und sagen wir mal ich habe wir haben die zahnbürste mitgenommen und den power walk mit dabei was wir nicht dabei haben ist tatsächlich das ladegerät für die zahnbürste kann ja passieren und wenn man vielleicht ein bisschen länger unterwegs ist dann ist die batterie auch irgendwann mal leer ja kann man denn damit die zahnbürste laden das ist die frage und das möchte ich mit euch einmal kurz ausprobieren so machen wir einmal das ganze an da da 100 prozent ich habe es voll geladen cool so als nächstes hier haben wir natürlich die sie das heißt wir machen auch hier einmal an sagt leuchtet ja keine sache ihr braucht keine zahnbürste ladegerät mitzunehmen ja einfach auf den power walk drauf stellen und das ganze läuft hammer hammer ja denkt an den aufsatz ohne geht es nicht ja auf jeden fall ein super cooles teil ich werde noch ein paar kurz videos dazu machen ich bin total begeistert davon wirklich also viel power kompakter raum richtig richtig geil ja von meiner seite war es das ich danke euch fürs zuschauen und ich würde sagen ich zeige euch gleich noch eben kurz wie das ganze in den ladegerät von der zahnbürste aussieht also nämlich genau so und ich würde sagen bis zum nächsten video danke für euren abos und likes ja freunde noch mal kurz so würde das ganze aussehen wenn ihr das gerade gerät mitnimmt jetzt muss natürlich dass der power walk einmal umständlich weil sie das ganze von ich nehme an das wären 12 volt 24 batterien sein von 24 volt auf 230 volt hoch pushen um das ganze wieder hier auf ja ich sag jetzt mal wieder 12 volt oder weniger 6 volt runter zu machen um die zahnbürste zu laden absolut umständlich absolut unnötig energieverschwendung in meinen augen ja am besten direkt die ladestation bei oben nutzen die fürs handy gedacht ist funktioniert genau so gut cool ist da ja